Getreide, normalerweise Gerste sowie Wasser, Hopfen und Hefe sind die wichtigsten Zutaten beim Brauen von Bier. Der Brauprozess beginnt mit dem Melzen. Die Gerste wird gereinigt, gewaschen und eingeweicht, damit sie keimen kann. Während der Keimung wandelt sich die Stärke in Zucker und andere lösliche gärfähige Substanzen um. Das Darren in heißer Luft stoppt die Keimung. Das so gewonnene Malz wird gemahlen und mit Wasser zur Maische vermischt. Im Läuterungsvorgang wird die Maische gefiltert und anschließend gekocht. Der zugefügte Hopfen verleiht dem Bier sein Aroma und seinen typischen bitteren Geschmack und macht es haltbarer. Die entstandene Würze wird abgekühlt. Anschließend werden der Würze Hefekulturen hinzugegeben. In der nun folgenden Hauptgärung vergären die sich schnell vermehrenden Hefezellen den Zucker zu Alkohol und Kohlendioxid. Zur abschließenden Nachgärung wird das Jungbier in Behältern gelagert, in denen es reift und Trübstoffe sich absetzen können. Zum Schluss wird das Bier abgefüllt. Wichtiges Qualitätsmerkmal eines guten Bieres ist die Schaumbildung. Der Schaum entsteht durch aufsteigende Kohlensäureblasen und mitgerissene Luft beim Einschenken. Beim Aufsteigen reichern sich die Blasen an der Oberfläche mit Proteinen, Hopfen, Bitterstoffen und Zuckermolekülen an. Inhaltsstoffe des Bieres docken an die Blasen an und verleihen ihnen eine elastische Hülle. So stabilisiert gelangen die Blasen an die Oberfläche, dehnen sich aus und lagern sich zu einer stabilen Schaumkrone zusammen. Rotwein ist ein aus dem Saft roter Weintrauben durch alkoholische Gärung gewonnenes Getränk. Während der Weinlese zu Herbstbeginn werden die Trauben gelesen, da sie zu diesem Zeitpunkt ihren höchsten Zuckergehalt aufweisen. Die Trauben werden zunächst von Stielen und Kämmen getrennt, dann in Traubenmühlen zerquetscht, wobei die Schalen erhalten bleiben. Für den anschließenden Gärungsprozess wird der Most in Fässer oder Gärtanks umgefüllt, in denen die Temperatur ungefähr 25 Grad Celsius beträgt. Unter Einwirkung von zugesetzter Hefe geht der Zucker des Mostes in Ethylalkohol über und setzt dabei Kohlendioxid frei. Dabei werden aus der Schale auch die Farbstoffe extrahiert. Sie verleihen dem Wein seine typische rote Farbe. Nach beendeter Gärung wird der Jungwein unter Abscheidung der Ablagerungen zum Reifen in Holzfässer umgefüllt. Wenn der Wein den idealen Reifegrad erlangt hat, wird er aus den Fässern in Flaschen abgefüllt. Dann wird er aus den Fässern in Flaschen abgefüllt.